der anfang sieht halt so aus der stellen sie euch quasi eine aufgabe oder müsste sozusagen den ersten satz schreiben also den ersten sachverhalt quasi der nächste in der nächsten runde müsst ihr diesen sachverhalt da kriegt ihr den von irgendein zufälligen spieler aus der runde und müsst diesen dann zeichnen und das geht dann umso immer weiter immer weiter bis dann für jeden einzelnen so eine geschichte so eine abfolge quasi dann stille post rauskommt alle verstanden nico schrottet fehlgefunden du solltest doch nicht sagen egal weiter weiter das wird er noch ändern ich weiß gar nicht was ich machen soll das zeichnen jetzt jeder hat jetzt so hardcore begriffe genommen oder was ihr müsst schon was machen was zeichenbar ist ja also das kann man wie soll ich das zeichnen moment hoffe jetzt hier keine hardcore story genommen wie viel zeit hat man wir haben keinen druck also wenn die meist abgegeben haben geht das ein counter los also werde ich der kuchen oben ja 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 ich habe geschaffen ja der kuchen ist doch das beschreiben ja ich bin ich und lau bisschen mitschlein ja jeder ja ja die zeit läuft ja es war automatisch oder wie soll denn was euch zeit da wisst ihr dass man eigentlich nichts mehr Namen nehmen sollte, weil es geht einfach nicht. Das ist einfach. Ey, wer hat das denn? Ihr könnt mich doch am Arsch lecken. Das kann ich zeichnen, das ist kein Problem. Ich kenn den gar nicht. Ich bin einfach in Overtime mit Vaderund jetzt. Was ne Scheiße. Wow. Du zeichnest und machst Vaderund gleichzeitig? Ja, ich hab alles bis jetzt perfekt gezeichnet. Also wirklich. Junge, das ist mal ein Stream. Du machst das sehr gut, glaube ich. Ich glaub, du machst das gut. Ich? Ja, ich glaub ja. Wenn ich doch den einen oder anderen gar nicht von euch. Weißt du, was ich mein? Ist egal. Wieso man das kann? Ich hab auch keine Ahnung. Ich hab doch auch keine Ahnung, wie keine Ahnung hier zum Beispiel. Wird umso besser dadurch am Ende. Digga, wer auch immer das gemacht hat, ganz ehrlich. Hab ich's gut gemalt, Chat? Hab ich's gut gemalt? Wer will am Ende sehen, dann können wir mal einen Flame. Was ist das denn? Ich bin nur Knossi am Zeichnen. Ich hab 100% Knossi seine Zeichnung. Ja, ich auch. Mein Name beginnt. Was ist das denn? Hank hat ne Glatze einfach bei Knossi. Was? Wo warst du das? Wo war ich? Äh, guck den Stream. Ey, Mann! Nein, ey, Mann! Was? Wer hat das geschrieben? Wir müssen uns irgendwie drauf einigen, dass nicht so Insider kommen und so. Das blickt man. Ja, ja, bei mir ist, bei mir, ich hab keine Ahnung. Man blickt einfach nicht durch. Nein, nein, der macht das wirklich. Nein, 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 das ist nicht richtig, glaub ich. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was ich da mal... Ich weiß gar nicht, um was es geht. Ich weiß gar nicht. Vielleicht hab ich auch voll getroffen, ey. Vielleicht hat wirklich... Hat Maximilian ja auch ne lange Schlange. Das kann echt sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, um was es geht, ey. Vielleicht ist es auch ganz gut. Vielleicht ist es perfekt. Ich bin gut, ich hab gerockt wieder mal. Ist stark geworden, ist gut geworden. Das ist echt schwer. Boah, was soll denn das sein? Ja, wer soll das sein? Hey, warum... Warte mal, Frisuren sind so nichtssagend, ihr Idioten. Ja. Was kann denn... Wer hat die Frisur, Mann, ja? Perfekt, ne? Oh nein. Ey, Mann. Ey, Junge, immer der gleiche, Mann. Ihr fangt mich so ab, Mann. Jedes Mal der gleiche, hä? So, fuck. Junge, ey, Jungs. Danach bin ich so... Was macht das Sinn? Jetzt darf ich die Scheiße noch mal zeichnen. Oh, Mann. Ich hab aufzuholen jetzt. Schnauze, Jens. Warum bist du so zu mir? Einfach so. Das rettet mich echt ein bisschen gerade, dass ich schon ganz gut zeichnen kann, muss ich sagen. Kannst du echt? Weird Flex. Ja, ich hatte tatsächlich in BK immer eine Eins. Wenn jetzt schon wieder derselbe Mann kommt... Okay, jetzt geht's los, jetzt geht's los, oder? Was, was geht los? Was geht los? Okay, 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 warte. Jetzt kommt die Auflösung, jetzt ist das Geile. Und, ähm, wir starten aber. Okay, hab ich nicht verstanden. Jetzt sieht man was. Knossi macht den ersten Platz. Ja! Romatra. Jens aus Rastatt auf dem Siegertreppchen. Ja, passt doch. Wurde weitergegeben. Käf ist richtig. Gumm mal. Wow, Alter. Knossi auf der Eins. Wow, Alter. Sascha perfekt gemalt, ne? Alter, Sascha. Nur Opa, Sascha? Knossi gewinnst du was, Sascha? Ja! Wusste ich, dass du sowas kannst. Oh, King. Strobel, Alter. Oh, Chef. Oh, Junge. Stark. Hä, aber was heißt das jetzt? Nee, also quasi... Verloren. ...kam man aufs Endergebnis. Also, man guckt halt, was sich daraus noch so ergibt. So aus der Geschichte, weil... ...bilder... Relativ da dran geblieben. Ah, okay. Wir sind gut. Wir sind gut. Ah, okay. Jetzt von Checklist. Aber warum kann Sascha so gut zeichnen? Der sieht aus, als könnte das gar nicht. Aber Knossi beklaut Montana Black. Ich hatte was... Oh, wie gut. Hängt die Mike? Oh, das ist echt stark hoch. Knossi zieht Monte das Geld aus der Tasche. Ey, bei mir. Ey. Screw. Bei mir kam was ganz anderes. Bei mir war es nicht Knossi, sondern Trimac. Knossi klaut Monte Bargeld. Ey, what? Wie gut haben wir das alle gezeichnet? Wie gut auch von mir. Ja, da ist der Fehler. Da ist der Fehler. Da dachte ich... Ja, und jetzt... Guck mal, jetzt kommt bei mir. Jetzt kommt bei mir. Jetzt komm ich. Ha, ha, abgezogen. Maximein, dritter Platz von drei bei Mario Kart. Was ist das denn? Das Gesicht ist nice. Knossi ritscht in Mario Kart. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das sind flumme Haare, das war keine Krone. Jetzt wird alles anders. Knossi regt sich bei Mario Kart auf. Oha, guck mal, meins hat da wieder wunderbar funktioniert. Dritter Platz von Jens, alles. Aber das ist doch nah dran. Oh Mann. Stark. Knossi rastet aus bei Mario Kart. Oha, wild. Oh, guck. Oha. Oha. Alter, Sascha. Oha, Sascha. Boa, Sascha. Sascha war von einer Ruse begraben. Ey, Sascha. Irgendein Geist-Spring-Mensch. Niko, ins Coop 21, schrottet Felge von Jens, Knossi. Warte mal, der kennt ja gar nichts. Alter, das ist doch Griechenland. Nein, das ist doch Griechenland. Ah, Bruder, das ist eine Mitte aus Finnland und Griechenland. Ey, Niko, wie soll ich dich beschreiben? Du hast Griechenland. Ey, das stimmt gar nicht. Was, für eine Scheiße. Ja, aber wie, ey. Du hast Griechenland. Oha. Ey, Niko. Wie soll ich Niko beschreiben? Das ist wirklich komplett stark, ey. Digger, vor allem weniger. Von Niko, Schrottet Felge von Jens auf... Knossi, beleidigt auf Griechisch. Ey. Ey, wie hätte ich es anders machen sollen? Sie riecht an Scheiße. Ey. Nein, Mann. Ich dachte, ich rauche Zigarre. Ich smoke in der Show. Ich smoke in der Show. Mann, was? Was ist die Rotte, ey? Ich dachte, ich rauche eine Zigarre. Ich habe Hörsal nicht mehr reingekriegt. Scheiße, Blatt. Ey. Er musste noch weg. Knossi zieht einen dicken Wuwatz durch. Jawohl. Jawohl, Juni. Ey, es war echt schwer, Alter. Oh, Mann. Ey, das ist krass. Pornodarstellerin, die sich die Achsel rasiert. Was? Was? Ey, Latsch, du bist so unlob. Latsch, du bist so unlob. Aber Pornodarstellerin? Bei mir kam... Kuma, Sascha. Was soll das? Was ist Henke, die Pornodarstellerin? Mein App. Was ist es? Was ist es? Ey, Chef hat es aber gewusst. Chef hat es verstanden. Ach Henke, du hast lange blonde Haare. Bruder, da kommt einfach. Scheint ihr unter dem Arm rum. Alter, das ist die Junge. Jawohl, jawohl. Naja, was soll ich sagen? Einfach, einfach Max. Ich bin einfach Max, ey. Wie los? Mir ist nichts eingefallen, Muffi. Oh, geil. Mir ist nichts eingefallen, Muffi. Darf, wenn das jetzt das Baklava-Ding ist. Ey, oh Mann, guck mal, was bei mir kommt. Ey, das war klar, war backen. Ey, Sascha. Sascha, warum malst du ein U-Boot, Sascha? Sascha, warum malst du ein U-Boot? U-Boot? Sascha, warum malst du ein U-Boot? Wir können hier mit Knossi spielen. Hätte jemand der Baklava bei Saschas Zeichnung erkannt, Chat? U-Boot-Motor. Ich wollte noch schreiben, U-Boot-Motor wird zu heiß. Das speicher ich mir. Ich wollte schreiben, U-Boot-Motor wird zu heiß. Wollte ich schreiben, 200 Grad oder was weiß ich. Das hat noch nie jemand so heftig versagt. Max digitiert zur Schlange. Ach so. Was ist das? Digitiert. Digga, wie soll ich das denn machen, Junge? Ey, Digga, das geht gar nicht. Ey, bei mir kommt was ganz anderes. Regenwurm sagt Moin, Leute. Du hast perfekt umgesetzt. Junge, Leute. Wahrscheinlich digitiert. Bro. Trömax-Schlange sagt Trömax-Intro. Drum ich, Alter. Ja, ist ja klar. Ich dachte, der hätte eine Schlange daheim. Was kriege ich da, Digga? Ich habe gedacht, du hast vielleicht eine Schlange. Oh, die Schlachtschlange sogar. BTF? Ey, Junge. Ja, mit Schallwellen. Was soll das sein? Ey, lass direkt noch eins machen. Ey, mach noch eins. Ganz, ganz toll. Okay, ganz liebe Nummer. BUM! Digga, es ist so schwer. Was hat denn, ähm, Inscope, wie kann man die denn machen? Bullshit. Mit griechischer Flagge. Das ist zu schwer. Ja, ne, krass, Trömax, finde ich, finde ich, finde ich heftig, dass es kein einziges Merkmal, die an mir aufgefallen ist. Ja, zu zeichnen. Ne, 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 danke dir. Du hast die eine Krone oder sowas. Oh, Mann. Digga, also wer auch immer sich das überlegt hat, der, Digga, du musst dir überlegen, das ist, was man da alles zeichnen muss, also der, der es jetzt als nächstes bekommt. Ich bin eigentlich froh, dass ich es jetzt am Anfang hatte, weil du kriegst einen Nervenzusammenbruch, wenn du es das erste Mal siehst. Und ich bin gespannt, wie überhaupt der Nächste das beschreibt, was ich da gerade gemalt habe. Ey, Chat, versteht man meins? Kann man meins... Hä? Jetzt kommt die... Was, ich soll die beschreiben? Oh mein Gott. Hä? Muss es sein. Geht nicht anders. Muss es sein. Müssen wir so machen. Ähm, Jungs, es ist mir tut es echt leid, aber das ist das, was ich mal an muss. Ey, aber was heißt denn dirigiert? Was bedeutet das? Arme, man muss ihm Arme geben. Man muss ihm Bizeps geben. Ey, drückt noch nicht, ja? Man braucht ein bisschen Zeit hier, gell? Ja, ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Klopfen mir schlecht zeigte. Das ist echt sehr lustig. Ey, woher willst du denn wissen, ob ich es war? Woher willst du es wissen? Ich habe nicht schlecht gemalt. Also meine Bilder sind echt okay, glaube ich. Einfach, einfach. Elena, sie will nicht so. Ey, Beste. Jawohl! Jungs, gibt es da eigentlich auch Punkte, wer schnell abgibt und so? Nee, ne? Es gibt gar keine Punkte. Es ist nur so ein Fun-Game und man guckt sich dann die Auflösung an und lacht, ne? Oder? Ja. Ja, ist so geil. Ja, ist so geil. Es gibt halt immer einen Verlierer. Ja, ja. Oha, oh, Input. Die macht mich todesnervös. Die macht fünf von acht Leuten todesnervös gerade. Ich glaube, kann man draufkommen. Kann man draufkommen bei mir. Ey, Jungs. Alter, what the fuck, man. Was ist das? Bam! Ganz einfach. Ey, perfekt gemalt. Wer das gemalt hat. Junge, sehr schön. Sehr einfach gemalt. Sagt ihr ehrlich, Chat. Das ist zu krass. Das ist Kunst. Das ist wirklich Kunst. Auch die Formen. Meint ihr so, Chat? Ey, aber keiner von den anderen bescheißt ihr, oder? Ihr bescheissen. Ihr habt auch alle Emote drin, ne? Fertig. Ey, ich hab auch geprocken, Digga. Ich hab richtig Bock, auf die Auflösung. Ich hab auch geprocken. Alle, 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 alle ruhig. Alle bereit, alle bereit, alle bereit. Alle bereit, let's go. Die geilsten speichern. Monte gibt Sascha Arschburger. Monte zerstört Knossi. Hä? 3-Meg. Ah, ich bin's zerstört, Bro. Monte beleidigt Knossi als Noob und Kylo. Wieso, ey, wie hat man Sascha nicht erkannt? Nummer eins von YouTube hab ich geschrieben. Oh Mann. Oh Mann. Montana Black bewirft Knossi mit Kylo's Scheiße. Sag mal! Jo. Oh Mann. Welche Richtung geht denn das, Mann? Was? Mit was denn das angefangen? Ey, ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht aus. Ich hab's perfekt gemacht. Monte bewirft Knossi mit Kylo's Scheiße. Bing bong? Ja, das ist ja. Speicher ich, speicher ich. Wie könnte Marcel Bing bong denn aussprechen? Tromax rappt mit 107 und 80 als Future Everybody. Ey, Chef Strobel, das ist flüchtig, Digger. Ach, der ist ein Strobel. Das ist so ein... Ey, Trimax dirigiert mit 187 und 80. Trimax dirigiert. Ey, das ist angekommen, tatsächlich. Ey, du bist ein... Oh, schau. Also Jens nicht schlecht. Tromax dirigiert die 117 und 80. Alter, aber Trimax auf jeden Fall als 108. Boah! Heng mal, du hast es erkannt. Du hast es erkannt. Krass. Tromax dirigiert die 117 und 80. Ich hab den Takt vorgegeben, richtig. Korrekt. Geil! Nico beim letzten Damenbesuch zu früh gekommen. Oh, schau. Oh, schau. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Jawoll. Jubel, das hat doch nicht Zeit. Ich weiß nicht. Ja. Ja. Jawoll, jawoll. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Tromax hat nen langen Schlang. Ja. Was? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Junge. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab noch wenigstens nen Zensiertbalken reingeparkt. Das war krass. Ey. Ey, wie hängt man malen kann. Wie hängt man malen kann. Wie hängt man malen kann. Der hat nen langen Schlang. So, Jalla, weiter. Ist ja unfassbar. Nico. Ins Coop. Fährt durch Blitzer. Okay. Es war easy. Das war noch easy, ja. Das war noch easy. Die Zeitung ist aber scheiße gewesen. Digga, das Fahrrad. Steh. Ins Coop wird auf dem Fahrrad geblitzt. Oh, sehr gut. Johohoho. Sehr gut. Guck mal, wie gut, wie viele Details. Ja, aber guck mal. Die Details. Nico wird geblitzt mit 24. Freie schnell in 3. Oh. Jawoll. Klick. Ey. Das Klassik-Klick-Geräusch beim Blitzer. Ey, das ist unsere beste Runde, ne? Das ist unsere beste Runde, ey. Sascha hat eine Kippe in der Hand und küsst Knossi. Was? Das war bei mir nicht. Boah, mit mir schnell. Boah, mit mir schnell. Mit mir schnell. Boah, mit mir schnell. Mit mir schnell. Sascha und Knossi machen miteinander rum. Ich dachte wegen der Zigarette, Digga. Ey. Ja, okay. Jetzt wird's ganz anders. Pass auf. Jetzt wird's ganz anders. Sascha macht mit Knossi rum. Das war easy. Ja, man hat's erkannt. Man hat's erkannt. Oh, nein. Wie gut, der Strubbel. Das ist echt nice. Knossi und Monte machen ehrenlos rum. Ja. Ja, und dann ist doch... Ja, Mann. der Strubbel. 4 und den Zeichen. voten Schapp مت LP- Die macht's Gat aus. Mache, repair aufge existe. Okay, okay. Alles ist dark. Der sister fällt auf die Krone. Ajax Jungs, wir machen weiter. Ja? War noch gut? Die Krone! Was ist denn scheiße? Die Krone! Was war mit der Krone? Hä? Was ist das denn? Montana Black riecht Kylos Furz Was? Kylos 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 Ey jetzt kommt ganz verrückt Kylo furzt und es kommt Land mit Jetzt kommt irgendeiner Oh Mann Oh Mann Kylo FCAG Ist aus Versehen Ey gut Aus Versehen einfach Ey ist doch richtig Oh Schön Stark 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 Wieso hat alles mit Scheiße oder Penis zu tun in unseren Runden Wir gehen in die Vorletze Ja weiss nicht ist lustig irgendwie Sascha raucht eine ganze Stange Kippen Oh was da Ja 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 Sascha raucht wie ein Schloss Siehste So Nämlich Das ist nice Sascha raucht wie ein Schornstein Alter Wir sind gut dabei Ja gut dabei Sehr gut dabei Digga der Mundwinkel ist geil Sascha ist stoned wie ein Herr Hahahaha 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 Oh Mann Oh Mann Digga Stoned wie ein Haus Und den letzten Schaffstrubbel wird so irrelevant Dass er sich in Luft auflöst Oh Gott Oh Okay Schaffstrubbel schlägt Hater zusammen Hahahaha 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 Digga das mit so'n Fehler passiert mit der Farbe Hahahaha 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 Damit war zum Glück vorbei Lacho Was ist das Ich kann sowas nicht machen Jungs Nico was ist das denn Wieso fliege sie einfach weg Hahahaha 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 Ich kann sowas nicht malen Ich weiß nicht wie man das macht Hey das war ruhig sehr gut Mann Das war ruhig sehr gut Mann Ich kann sowas nicht malen Ich kann sowas nicht malen